. Ja, liebe YouTube-Freunde, was macht da die Bauhausen? Okay, jetzt flüge ich das erste Mal mit dem neuen Wöttinger 4-Schar-Flug mit dem Servo 25. Jawohl, funktioniert gut. Ich bin erstaunt, ich habe den angehängt und kann eigentlich fahren ohne grosse Erstellung. Das läuft einfach. Passt von Fendt 309 zu meinem 311er, scheint es zu passen. Und wer ist das? Ja mal wieder. Ich bin ruhig. So, ich habe da vor dem Mittag ein bisschen gestaltet, jetzt gibt es Mittagessen, hoffe ich fahre nach Hause, ein Raps hier, Wintergetreide und wieder Raps. Bis zum nächsten Mal.